hey leute herzlich willkommen zu einem weiteren review und noch einmal geht es um ein handset von maizu dieses mal um das dritte und vorerst letzte gerät von maizu das wir in den letzten wochen getestet haben das maizu m3 mini und damit das aktuelle einsteiger handset von maizu geliefert durch das teil wie das m3 note in einer weißen schlichten und typischen smartphone verpackung hierin finden wir neben dem handset ein sim werkzeug ein micro usb kabel und ein netzteil das maizu m3 mini setzt die früher geräte der m-reihe noch auf polycarbonat folgt also nicht dem beispiel des m3 note welches über einen metal body verfügt das handset ist in einigen farb varianten verfügbar wobei wir die weiße variante haben die rückseite ist glänzend und damit ein magnet für staub und kratzer wobei das material aber nicht überempfindlich ist sehr gut gefällt dass auch bei der günstigsten variante der m3 smartphones die kamera nicht aus dem gehäuse steht und auch hier wieder 2,5 d glas zum einsatz kommt an der verarbeitung gibt es auch nichts zu meckern alles ist fest an seinem platz der home button fühlt sich wertig an und es gibt an der weißen status led keine anzeichen von light bleeding von der größe her eignet sich das m3 mini auch für alle die es etwas kleiner haben wollen denn hier kommt ein 5 zoll display zum einsatz dieses löst mit 1280 x 720 pixel auf es handelt sich aber nicht um das hochwertigste panel was am kontrast und der nicht ganz so guten farbwiedergabe zu erkennen ist immerhin ist die beleuchtung stark genug um das ablesen im freien zu erleichtern der digitizer unterstützt zu unserer überraschung bis zu zehn berührungspunkte auf einmal und ist schnell und präzise genug um auch mit schnellschreibern fertig zu werden beim display glas handelt es sich um shot sensation cover glass welches genauso kratzfest ist wie cornix gorilla glass angetrieben wird das maizu m3 note vom mediatek mt6750 einem brandneuen achtkern prozessor mit 1,5 gigahertz und einer mali t860 gpu welchen mediatek gegen den snapdragon 616 ins rennen schickt im alltag schlägt sich der chip erstaunlich gut um nicht zu sagen sogar besser als der snapdragon 616 er arbeitet recht effizient und ist noch dazu schneller als das qualcomm portal was sowohl für normale apps als auch für spiele gilt weniger gut schneidet das m3 dagegen ab wenn wir über den speicher reden dies ist genau wie beim m3 note sehr langsam und sorgt für entsprechende ladezeiten beim öffnen von apps und beim booten bei den sensoren sucht man leider ein gyroskop vergebens hier schneidet das redmi 3 von xiaomi doch deutlich besser ab auch auf dem maizu m3 mini läuft flyme 5 allerdings nicht auf android basis sondern un us ja ja im grunde genommen ist un us auch android aber es gibt da so ein paar problemchen die kompatibilität ist nämlich nicht gegeben beziehungsweise nicht vollständig mittlerweile wurde diese zwar stark verbessert und die meisten android apps laufen im gegensatz zu früher problemlos hier und da gibt es aber immer noch probleme twitter zum beispiel funktioniert nicht und auch der 3d mark benchmark hat den dienst versagt außerdem ist das spiel gt racing 2 nur mit touch kontrolle steuerbar nicht aber durch neigen des smartphones es gibt mit sicherheit noch eine reihe weitere apps mit ähnlichen problemen hinzu kommt dann noch dass man beim un us basierten flyme keinen root zugriff aktivieren kann diese probleme sind zwar kein weltuntergang man sollte aber definitiv vor dem kauf bescheid wissen bleibt also zu hoffen dass maizu und alibaba vor allem die kompatibilität weiter verbessern beim empfang schneidet das maizu m3 dagegen wieder sehr gut ab der empfang liegt hier durchweg auf top niveau was aber nicht weiter verwundern dürfte denn immerhin ist hier kein stück metall am start beim gps empfang ist uns aufgefallen dass leider keine glona satelliten gefixt werden obwohl sie in sicht sind auch dies könnte auf juno s zurückzuführen sein führt aber im alltag nicht weiter zu problemen der interne lautsprecher des maizu m3 ist recht laut aber klingt etwas flach wirklicher musikgenuss kommt so nicht auf über kopfhörer hält man einen lauten klang der aber minimal dumpf bzw zu basslastig klingt die sprachqualität beim telefonieren ist exzellent obwohl kein neues cancelling mikrofon vorhanden ist die 13 megapixel kamera ist ziemlich identisch mit jener maizu m3 nord und erzeugt vergleichbare resultate mit minimal weniger details auf die entfernung auch hier kann man aber nur 16 zu 9 bilder schießen wenn man die auflösung auf drei megapixel reduziert was die fotos betrifft kann man aber auch hier für den preis nicht meckern man sieht den fotos nicht an dass es sich um ein budget smartphone handelt auch die auslöse in focus zeit ist sehr gut letztere dank pdf videos werden mit maximal full hd aufgenommen und sehen in ordnung aus der ton ist ebenfalls in ordnung aber nicht perfekt slow motion aufnahmen werden ebenfalls mit 120 fps und sd auflösung unterstützt die frontkamera kann leider nicht wirklich überzeugen für videochats tut sie es aber sehr viel tauglich ist sie nicht zur stromversorgung verfügt das maizu m3 mini über einen akku mit 2870 milliampere stunden zusammen mit dem sparsamen prozessor wird hier eine gute laufzeit erreicht die im alltag bei locker einem tag und oft sogar zwei tagen liegt die gemessene screen onzeit im geekbench 3 test liegt bei knapp neun stunden das aufladen des akkus geht binnen zwei stunden von statten was ein akzeptabler wert ist fazit das maizu m3 mini platziert sich im konkurrenzkampf beim schaumi redmi 3 zwar verliert es hier und dagegen das schaumi smartphone ist dafür aber auch je nach shop 10 bis 20 euro günstiger der größte kritikpunkt am smartphone ist juno s solange sich hier die kompatibilität nicht bessert oder eine android rom für das m3 verfügbar ist sollte man sich zweimal überlegen ob man hier zugreift eine alternative zum redmi 3 ist das m3 mini vor allem dann wenn man nicht auf metall abfährt eine etwas bessere performance wünscht und gewicht einsparen möchte zudem ist das handset etwas kompakter das war es dann soweit von unserer seite wenn noch fragen offen sind dann stellt diese doch einfach unten in den kommentaren weitere infos und den link zum shop findet ihr in der video beschreibung wenn euch das gefällt was wir bei china mobile mac machen dann bist du doch mal auf china mobile mac.de und folgt uns hier auf youtube danke fürs zusehen macht's gut und bis bald